Ein Spielzeug für Männer! Hi, Falk hier! Heute teste ich einen sogenannten Dolly, ein fahrbarer Untersatz für deine Kamera. Hier ist der Wittpro Videokameraslider Dolly. Der Dolly ermöglicht stabilisierte, ruckelfreie und gleichmäßige Videos aus der Bodenperspektive. Er ermöglicht dir professionelle Kamerafahrten. Der Dolly ist ausgelegt für Geräte bis 10 kg, also für Smartphones, Canon und Nikon DSLRs mit fetten Objektiven. Kompaktkameras, GoPros und mehr. Du kannst den Kamera-Dolly ganz einfach mit einer Schnur hinter dir herziehen. Durch die stufenlose, beidseitige Achseneinstellung kannst du den geeigneten Winkel der Räder einstellen und so den gewünschten Weg fahren und filmen. Also auch perfekt für 360-Grad-Aufnahmen geeignet. Zunächst nehmen wir uns die Räder mit der Achse vor. Wir haben dazu eine Schraube mit einer abgeflachten Seite. Diese abgeflachte Seite muss nun von uns entfernt in die andere Richtung zeigen. So ist es richtig. Nun nehmen wir uns die Basisplatte zur Hand. Zunächst legen wir eine Unterlegscheibe auf die Schraube und die Achse. Danach folgt die Basisplatte. Dann sieht das Ganze so aus. Dann haben wir eine zweite Unterlegscheibe und diese wird nun über die Schraube gestülpt und der Zeiger sollte dann auf die Null zeigen. Danach kommt diese Schraube und wird einfach oben aufmontiert. Das Ganze machen wir auch so auf der anderen Seite. So sollte der Dolly nun aussehen. Genial, ihr seht schon. Ihr könnt nun die Räder so verstellen, wie ihr den Dolly am Ende fahren lassen wollt. Ihr könnt die Winkel an dieser Anzeige wunderbar erkennen. Ich habe den Dolly nun für eine gerade Fahrt auf gerade Strecke eingestellt. Was folgt als nächstes? Und zwar der Kameraarm. Dieser ist ebenfalls im Lieferumfang mit enthalten. Ihr könnt die Kamera natürlich an dieser Schraube auch schon befestigen. Aber noch besser ist dieser Kameraarm. Denn er gibt die Flexibilität für den Dolly. Der Kameraarm wird entweder im vorderen oder im hinteren Loch eingeschraubt. Diese Schraube ermöglicht die exakte Einstellung des Dollyarms. Alle verschiedenen Winkel sind nun gut einstellbar und flexibel. Habt ihr eure Position gefunden, dreht ihr einfach diese Schraube wieder fest. Seht her, alle Winkel sind nun ebenfalls fest. Im letzten Schritt schrauben wir unsere Kamera auf. Ich nutze heute für meine Videoaufnahmen die Canon D550. Am Ende sieht der Dolly dann so aus. Und jetzt geht's raus zum Testen. So, betreiben wir das Ganze mal mit einer Schnur zunächst auf meiner Bar. Da haben wir ein paar Getränke hingestellt und wollen diese Getränke langsam abfahren. Sieht einfach sehr schön geschmeidig aus. Top, gefällt mir. Wunderbar. So, jetzt mal im 360 Grad Modus eingestellt. Wow, das sieht richtig gut aus. Das ist richtig schön geschmeidig. Gefällt mir sehr gut. Ja, top. Solche Slider-Bilder sind absolut großartig. Mit dem Wittpro Videokameraslider-Dolly kriegst du genau solche Bilder hin. Wenn du also butterzarte Kamerafahrt mit einem Dolly haben willst, dann willkommen bei Wittpro und viel Spaß beim Sliden. Bis zum nächsten Mal.